Ich werde heute meinen Freund beobachten beim Babyshoppen. Wir sind nämlich zusammen hier reingegangen. Und ja, wir waren noch nie so wirklich zusammen Babyshoppen. Eher so getrennt oder ich alleine. Und ich fand das so süß, als er die Dinge in die Hand genommen hat. Ja, da waren wir auch noch mal in einer anderen Abteilung. Die bräuchte ich eigentlich auch mal. Ich fand dann noch so andere Bodys süß, aber wir haben schon echt viele Klamotten. Dann habe ich meinen Freund noch mal beobachtet. Fand das irgendwie richtig süß. Ja, und dann habe ich noch mal gedacht, komm Yvonne, nehme mal einen Kinderwagen an die Hand. Ich finde, das steht mir schon sehr gut. Ja, und hier sind total süße Dinge. Babyfohnen mit Kamera habe ich aber auch schon alles besorgt. Hier waren noch so ein paar Kuscheltierchen, ein paar Lampen, Wahlform und dann hier noch so eine Lampe. Ja, mein Freund hat dann das alles gekauft.